hallo meine lieben freunde hier am jahrenplatz an diesem gebäude hier an der ecke wo früher unten die löwen apotheke drin war da finden seit einigen wochen bauarbeiten statt ich hatte vor ein oder zwei jahren in der zeitung gelesen dass das haus aufgestockt werden soll also dass da oben noch was obendrauf kommt weitere stockwerke und so da bin ich ja mal gespannt ganz früher stand dort oben ja mal diese anzeigetafel wo alles mögliche angezeigt wurde erst die eine dann war ein paar jahre lang nichts da oben und dann stand da die zweite anzeigetafel aber auch die ist mittlerweile verschwunden also wie gesagt so viel ich weiß soll das gebäude aufgestockt werden auf diesem kanal gibt es auch noch viele andere interessante videos hauptsächlich zu den eher unbekannten sehenswürdigkeiten in bielefeld